Mit dem Wickelrohrverfahren Systema Espiral saniert die Firma Forever Pipe Abwasserleitungen mit großen Durchmessern. Die technische Innovation wurde von der japanischen Firma Sikizui entwickelt. Nach einer gründlichen Reinigung und Inspektion der Abwasserleitung beginnt die Instandsetzung. Im ersten Schritt wird ein Kunststoffprofil eingeführt und das neue Rohr aufgewickelt. Das Instandsetzungssystem kann durch jeden Sammler ins Abwassernetz eingeführt werden. Die Maschine bewegt sich in der vorhandenen Leitung vorwärts und bringt hierbei das PVC-Auskleidungsprofil an. Das kontinuierlich aufgewickelte Profil wird spiralförmig miteinander verbunden und bildet eine neue, dichte Abwasserleitungsoberfläche. Nach der Fertigstellung des neuen Wickelrohrs wird im nächsten Schritt eine Stützkonstruktion aus Metall eingebaut, die die PVC-Auskleidung während der nachfolgenden Mörtel-Injektion abstützt. Der Prozess wird mit dem Einbringen eines hochfließfähigen, quälenden und hochwiderstandsfähigen Spezialmörtels von Pagel in den Hohlraum zwischen PVC-Auskleidung und alter Wasserleitung beendet. So entsteht ein dauerhafter und kraftschlüssiger Verbund zwischen Wickelrohr und Wandung. Nach dem Einbringen des Spezialmörtels wird die Stützkonstruktion aus dem Wickelrohr entnommen und die Leitung ist wieder einsatzbereit. Forever Pipe – Hochtechnologie in der Instandsetzung von Abwasserleitungen.